Das ist Steve Wachalski. Das ist eine Drei-Punkte-Linie, der bevorzugte Lebensraum eines Wachalskis. Statistik, 75% seiner Würfe aus dem Feld sind Dreier und die trifft Wachalski mit einer Quote von 63%. Kein Spieler der BBL vereint Treffsicherheit von Downtown und Dreiervolumen so stark wie Wachalski. Musik? Wachalski wirft sich mit Fuffis in den Klub, denn er trifft über 50% seiner Feldwürfe, zwie mehr als 40% seiner Dreier und 90% seiner Freiwürfe. Wachalski gehört damit zum erlesenen 50-40-90-Klub. Derzeit sitzen dort nur zwei weitere BBL-Spieler, Darius Miller und Nate Lennart. Doch Wachalski ist der Boss. Das ist der Telekom-Dom. Dort findet der All-Star-Date 2017 statt, samt Dreierwettbewerb. Steve Wachalski ist derzeit der beste Dreierschütze der Liga. Doch sehen wir ihn wirklich in Bonn? Musik? Es waren 6 Meter 75. Musik? 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 Musik?